Das hier ist so ein bisschen Biker-Treff Es gibt auch eine Livemusik, sie ist aber im Augenblick halt die Pause, es macht einfach Spaß hier auch Leute zu gucken, es ist natürlich ziemlich cool hier, also ziemlich coole Leute Ja, sehr speziell, aber ist halt auch Amerika Übrigens, Helder hat auf seinem Hähmchen War Vets, also ein Veteran Veterans werden hier überall unglaublich gut behandelt Die haben übrigens auch die ersten Parkplätze, also Behinderte Und vor den Behinderten kommen noch die Veterans Die haben also noch die extra Parkplätze auch in den Superlisten für sich Die haben auch hier, die sind hier, die beste gut auch nicht Die sind hier, die verraten, die sind hier Die sind hier, die denn hier leben? Die sind hier, die sind hier, und die sind hier, auch hier